Nachdem die letzte Aufgabe eher etwas theoretisch war, nehmen wir heute mal ein Beispiel aus der Praxis. Wie berechnet man eine einfache Spannungsstabilisierung mit Z-Diode? Hallo und herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Bevor wir zur Aufgabe kommen, sehen wir uns nochmal an, wie die Stabilisierung funktioniert. Die Z-Diode braucht eine Durchbruchspannung in Sperrrichtung in Höhe der zu stabilisierenden Spannung. Dazu muss die Eingangsspannung natürlich höher sein. Damit die Diode nicht zerstört wird, muss der Strom durch einen Vorwiderstand auf den maximal zulässigen Wert begrenzt werden. Über der Z-Diode schließen wir unsere Last an. Die Spannung soll möglichst konstant bleiben bei Änderungen der Last oder wenn die Eingangsspannung schwankt. Mit steigendem Laststrom wird der Strom durch die Diode geringer. Dass sich mit dem Z-Strom auch die Spannung über der Diode leicht verändert, können wir für unsere Berechnung vernachlässigen. Der Laststrom darf aber auch nicht zu groß werden, da dann der minimale Z-Strom unterschritten wird, der notwendig ist, um die Stabilisierungswirkung aufrecht zu erhalten. Wenn man den nicht kennt, setzt man ein Zehntel des Maximalstroms an. Kommen wir zur Aufgabe. Gegeben ist eine Z-Diode mit einer Z-Spannung von 12 Volt und einer maximalen Verlustleistung von einem Watt. Wir wollen also eine stabilisierte Spannung von 12 Volt haben. Der Lastwiderstand schwankt zwischen 500 Ohm und unendlich, also Leerlauf. Die Eingangsspannung liegt bei 22 Volt und kann um 3 Volt nach oben und unten variieren. Die Aufgabe ist wieder mehrteilig. Frage A. Berechne den Vorwiderstand RV und wähle ihn aus der E24-Reihe mit einer Toleranz von ±5% aus. Zweitens. Wie groß ist die maximal und minimal mögliche Verlustleistung an der Z-Diode? Und Frage C. Was für eine Z-Diode wird benötigt, um einen maximalen Laststrom von 100 mA entnehmen zu können? Kurze Bedenkzeit für die, die es selbst versuchen wollen. Nehmen wir uns den ersten Teil vor. Den Vorwiderstand rechnen wir in zwei Schritten aus, indem wir uns die beiden Extremzustände ansehen. Der Mindestwert von RV wird durch den Maximalstrom der Z-Diode bestimmt. Der Strom wird am größten bei der maximalen Eingangsspannung und der kleinsten Last, da jetzt die Z-Diode den größten Teil des Stroms übernimmt. Die Spannung über dem Widerstand ist dann Ue-Max minus Uz und der Strom durch RV ist dann der minimale Laststrom plus Iz-Max. RV darf aber nur so groß werden, dass der Minimalstrom durch die Diode auch bei der minimalen Eingangsspannung und maximaler Stromentnahme nicht unterschritten wird. Die Spannung über RV ist jetzt Ue-Min minus Uz und der Strom Il-Max plus Iz-Min. Sehen wir uns die Werte in unserer Aufgabe an. Aus der maximal zulässigen Verlustleistung an der Diode errechnen wir den maximalen Z-Strom. 1 Watt durch 12 Volt macht rund 83 mA. Der Minimalstrom ist ein Zehntel davon, also 8,3 mA. Der minimale Laststrom fließt im Leerlauf bei RL gleich unendlich und ist natürlich 0. Die maximale Stromentnahme bei RL gleich 500 Ohm ist 24 mA. Die Eingangsspannung liegt zwischen minimal 19 Volt und maximal 25 Volt. Der Minimalwert von RV ist 25 Volt minus 12 Volt durch 0 mA plus 83 mA und das ergibt 156 Ohm. Für den maximalen Wert von RV berechnen wir 19 Volt minus 12 Volt durch 24 mA plus 8,3 mA gleich 216 Ohm. Welcher Wert aus der E24-Reihe kommt in Frage? 1,5 wäre 150 Ohm, das ist zu wenig. 2,2, also 220 Ohm ist zu viel. Bleiben also 160, 180 oder 200 Ohm. Wir nehmen mal die Mitte, also 180 Ohm. Durch die Toleranz von 5% liegt der reale Wert zwischen 171 Ohm und 189 Ohm. Aus dem Grund würde der 160 Ohm Widerstand gar nicht funktionieren, denn er kann im Extremfall nur 152 Ohm haben und das wäre zu wenig. Haben wir den ersten Teil erledigt? Bei einem Vorwiderstand sollte man sich immer fragen, wie viel Leistung wird verhetzt. P ist Strom mal Spannung oder U² durch R. Die höchste Spannung am Widerstand haben wir bei der maximalen Eingangsspannung. Und wenn wir den kleinsten Widerstand, 171 Ohm, erwischt haben, ist der Strom am größten. P ist 13 Volt zum Quadrat durch 171 Ohm, das ergibt 0,99 Watt, also rund 1 Watt. Damit kommt so ein Widerstand hier nicht in Frage, sondern eher so einer. Jetzt kann es natürlich vorkommen, dass die errechneten Werte sich widersprechen und keinen Sinn ergeben. Das bedeutet, dass die Stabilisierung unter den gegebenen Randbedingungen nicht funktioniert. Entweder ist der gewünschte Laststrom zu groß, die Z-Diode zu schwach, die Eingangsspannung zu niedrig oder zu instabil. Nehmen wir mal an, wir wollen 100 mA entnehmen, dann darf der Vorwiderstand nicht größer als 65 Ohm werden. Er kann aber nicht gleichzeitig kleiner 65 Ohm und größer als 156 Ohm sein. Bei der Last ist die Spannung nicht mehr stabil. Kommen wir zur Frage B. Um die maximale und minimale Leistung an der Z-Diode zu berechnen, brauchen wir den maximalen und minimalen Strom durch die Diode. Der Z-Strom ist die Differenz aus dem Strom durch RV und dem Laststrom. Der größte Strom fließt im Leerlauf bei der höchsten Eingangsspannung und dem kleinsten Vorwiderstand und ist gleich dem Strom durch den Widerstand, denn am Ausgang fließt kein Strom. Die Spannung am Widerstand ist die Differenz aus 25 Volt und 12 Volt. Geteilt durch den kleinsten Vorwiderstand von 171 Ohm ergibt sich ein Strom von 76 mA. Mal 12 Volt ergibt eine Leistung von 0,912 Watt. Die Diode wird am geringsten belastet, wenn der maximale Laststrom fließt, die Eingangsspannung am kleinsten ist und wir einen Widerstand von 189 Ohm erwischt haben. Die Spannung am Widerstand ist nur noch 7 Volt. Der Strom am Ausgang 24 mA. Bleiben für die Z-Diode 13 mA bzw. ein Leistungsumsatz von 0,156 Watt. Das war nochmal zur Kontrolle. Wir können also sicher sein, dass die Grenzwerte der Diode nicht überschritten werden. Aufgabe C Wir hatten ja schon festgestellt, dass wir 100 mA nicht entnehmen können. Dafür brauchen wir eine belastbarere Z-Diode. Die Frage ist also, welchen Strom muss die Z-Diode mindestens verkraften können bzw. welche Verlustleistung muss sie mindestens aushalten. Mit dem Wissen aus den ersten beiden Teilen gebe ich euch nochmal einen Moment, um den Lösungsansatz für die letzte Aufgabe vielleicht selbst zu finden. Wir können natürlich durch Probieren herausfinden, wann unsere beiden Formeln für den Vorwiderstand wieder Sinn ergeben. Also IZ so lange erhöhen, bis der maximale Vorwiderstand wieder größer ist als der minimale. Einfach eine Formel nach IZ umzustellen, funktioniert nicht, da wir den Vorwiderstand nicht kennen. Den Punkt auszurechnen, wann die Formeln wieder stimmig sind, ist natürlich besser als probieren. In beiden Formeln steht auch ein Gleichheitszeichen. Es muss also einen Widerstand geben, der eine Lösung für beide Formeln ist. Wir brauchen also nur die Formeln gleichzusetzen und dann nach IZ umzustellen. So bekommen wir den Grenzwert und wir legen dann einfach noch etwas oben drauf, um die Toleranzen auszugleichen. Den minimalen Z-Strom ersetzen wir durch ein Zehntel mal IZmax. Jetzt können wir nach IZmax umstellen, denn die anderen Größen sind alle bekannt. Um uns die Arbeit etwas zu erleichtern, können wir den minimalen Laststrom herausstreichen, denn der ist in unserem Fall ja 0. Als erstes beseitigen wir die Nenner, indem wir mit ihnen multiplizieren. Die rechte Seite wird ausmultipliziert. Jetzt bringen wir alle Terme mit IZmax auf eine Seite. IZmax wird ausgeklammert und zum Schluss wird durch die Klammer dividiert. Ja und jetzt brauchen wir nur noch die Werte einsetzen und auszurechnen. Und wir kommen auf einen Strom von 228 mA, den die Z-Diode mindestens vertragen muss. Bei 12 Volt entspricht das einer Verlustleistung von 2,736 Watt. Wenn wir den Strom in eine der oberen Formeln einsetzen, ergibt sich ein Vorwiderstand von 57 Ohm. Handelsüblich wären 56 Ohm. An dem würden dann mehr als 3 Watt verheizt. Da wir jetzt keine Toleranzen berücksichtigt haben, sollten wir bei der Auswahl der Z-Diode großzügig sein. Das könnte ein Kandidat sein. Ein 5 Watt Typ, der bei 12 Volt 395 mA vertragen kann. Man sollte im Datenblatt genau hinsehen, manchmal ist die maximale Leistung nur bei entsprechender Kühlung erlaubt. Wenn wir uns das Ergebnis ansehen, dann wird klar, dass so eine einfache Spannungsstabilisierung eher etwas für kleine Ströme ist, es sei denn, man will damit die Wohnung heizen. Am Schluss wie immer der Formelüberblick. Eigentlich sind wir ausgekommen mit dem Ohmschen Gesetz und der Leistungsformel. Dazu die Formeln für den Vorwiderstand, die aus dem Ohmschen Gesetz hergeleitet sind. Vielleicht hilft das Video dem einen oder anderen, wenn er mal schnell eine einfache Spannungsstabilisierung braucht. Sagt mir eure Meinung und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe wieder.